Herzlich willkommen heute bei Börse at Home von Börse Frankfurt der Deutschen Börse. Mein Name ist Fabian Lindner und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder Herrn Dr. Gerd Kommer bei uns begrüßen dürfen. Sie können all Ihre Fragen, die Sie im Laufe der Präsentation an Herrn Kommer haben, gerne stellen. Solange sie zum Thema passen, beantworten wir die dann gerne im Laufe des Gesprächs oder im Nachgang. Für alle die, die Herrn Kommer nicht kennen, Herr Kommer, können Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, gerne, Frau Lindner. Also mein Name ist schon gefallen. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH, ein Vermögensverwalter mit Sitz in München. Wir betreuen vermögende Privathaushalte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und dann gibt es noch ein Schwesterunternehmen, die Gerd Kommer Capital. Das ist ein Robo-Advisor, eine digitale Vermögensverwaltung, bei der man schon mit kleinen Beträgen online, internetbasiert sein Geld investieren kann. Vorwiegend natürlich in den Aktienmarkt. Ich bin auch vielleicht noch als Fußnote-Buchautor, habe eine ganze Anzahl von Finanzratgeberbüchern zum Kapitalmarkt investieren und auch zu Immobilien geschrieben. Sehr lohnenswert auf jeden Fall, Ihre Bücher. Wer ganz tief in die Materie einsteigen will, fundiert das Wissen. Vielen Dank für die Vorstellung. Und wie immer, wenn wir mit Ihnen sprechen, geht es ja um den langfristigen Vermögensaufbau an der Börse und warum dieser so wichtig ist und Anlegern auf jeden Fall große Chancen bietet. Wir sprechen heute darüber, warum Anleger und explizit junge Anleger, aber das junge nur in Klammern, für den Crash beten sollten. Ja, ein etwas reißerischer Titel, aber wir finden passend zur aktuellen Situation, denn mit dem Blick ins Portfolio werden viele Anleger momentan nervös. Viele Anleger oder gerade die Börsenneulinge scheuen ein Investment an die Börse, weil sie entsprechend Angst vor dem Crash haben. Und hier haben Sie in Ihrem Artikel, der auch auf Ihrer Webseite veröffentlicht wird, ein Börsenbummo von William Bernstein veröffentlicht, das frei übersetzt wie folgt lautet. Wenn Sie um die 20 sind und gerade begonnen haben zu sparen, dann fallen Sie auf die Knie und beten Sie für einen Aktienmarkt-Crash. Oft werden wir gefragt in Seminaren oder über unsere Kanäle auf Börsentagen, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen? Ist der Markt zu hoch oder aktuell, wann gibt es einen Crash? Ja, und da haben Sie mal nachgerechnet und da gehen wir jetzt gleich ein bisschen weiter darauf ein. Daher die erste Frage auch an Sie, wie kommen Sie denn zu dieser steilen These, dass man für den Crash beten sollte? Ja, was sind da die Grundvoraussetzungen, dass Anleger tatsächlich von einem Crash profitieren? Wobei ja Crash eigentlich sehr negativ konnotiert ist. Genau, ja. Also ein Crash definiert als ein sehr starker Börsenabschwung, der sich über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, bis der Tiefpunkt, der Bottom sozusagen erreicht ist. Und dann, wenn man die sieben, acht größten Crashes aus den letzten 120 Jahren mal als Maßstab hernimmt, dauert es zwischen einem und sieben Jahren, sieben Jahre war sozusagen der Negativrekord, der 1929 bis 1937 oder Ende 1936 erzielt wurde, damals in einer großen Depression mit Wirtschaftskrise. Also es dauert normalerweise schon einem und sieben Jahren, bis so ein Crash jetzt definiert als ein Abschwung von über, im Aktienmarkt, im globalen Aktienmarkt wohlgemerkt noch, von zum Beispiel 40 Prozent oder mehr wieder aufgeholt ist und der Vor-Crash-Stand erreicht ist. Davor haben natürlich alle Angst und der letzte, sagen wir mal, ernsthafte Crash war der Corona-Crash in der ersten Hälfte 2020. Jetzt Anfang dieses Jahr, also den ersten Monaten des Jahres 2022 hatten wir durch die Zinserhöhungen vermutlich eingeleitet, die schon noch im alten Jahr 2021 begonnen hatten und dann den Ukraine-Russland-Krieg, der im Februar begann, nee, ich glaube im März, Entschuldigung, Februar, März jedenfalls, auch einen leichten Crash. Jetzt letztens gab es wieder eine Erholung, aber die Nervosität ist natürlich noch da. So und der schon von Ihnen vorhin erwähnte William Bernstein, ein von mir sehr geschätzter amerikanischer Finanzmarktforscher und auch Ratgeberbuchautor von Haus aus ist der Mediziner, sogar Neurologe. Der hat also mehrfach in seinen eigenen Ratgeberbüchern und auch in Interviews dieses Beaumont in unterschiedlichen Formulierungen verwendet. Junge Anleger sollten eigentlich jeden Tag auf die Knie fallen und für den baldigen, mit Betonung auf baldigen Crash beten. Und das haben wir mal sozusagen nachgerechnet. Jetzt gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Sie haben es auch schon angedeutet, Frau Lindner, damit sozusagen diese These, die wir nachher auch in Zahlen zeigen werden oder diese Aussage, damit die auch stimmt. Dass also die Aussage stimmt, ein junger Anleger profitiert, profitiert. Nicht nur ist es sozusagen nicht schädlich, sondern er profitiert sogar durch sozusagen einen höheren Vermögensendwert, daran gemessen, von einem möglichst frühzeitigen Crash. Aber auch noch, er muss jetzt nicht unbedingt sozusagen in den ersten paar Monaten oder im ersten Jahr stattfinden. Er profitiert jedenfalls von einem Crash. Welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein? Also so im Schweinsgalopp mal runtergerattert. Erstmal muss es ein Anleger sein, der in der Vermögensaufbaufase ist. Also ein Anleger, der in die Zukunft gerichtet, in den nächsten fünf Jahren, also weniger Zukunft unterstellen wir hier, jetzt gibt es sowieso nicht. Also wir wollen einen Anleger, der mindestens noch fünf Jahre Geld anlegt, bevor er in die Entnahmephase geht, also Geld aus seinem Portfolio rausziehen. Und in diesen mindestens fünf Jahren und idealerweise natürlich länger, sollte der Anleger, deswegen hatte ich es ja vorhin als Vermögensaufbaufase bezeichnet, Geld in das Portfolio hinein tun. Zum Beispiel über einen Aktiensparplan oder Fondsparplan oder Ad-Hoc-Investments, wenn ich Bonus bekomme oder was erbe oder geschenkt bekomme oder sonst wie oder eine Immobile verkaufe. Also diese Nachinvestments in die Zukunft gerechnet, die sollten im Zeitablauf stattfinden. So, das ist sozusagen Voraussetzung Nummer eins. Und sie hat einen jungen Anleger und so hat auch der Bernstein das ursprünglich mal formuliert gesagt. Aber sagen wir mal, wenn jetzt jemand 35 ist oder 45, wird er sich vielleicht subjektiv nicht mehr als jung bezeichnen, zumindest nicht im Sinne von Anlegerjugend. Aber auch so ein Mensch, so ein Haushalt, sogar noch unter 50 Jahren, sagen wir mal, von der Person, die das Geld oder die Person, die das Geld im Haushalt verdienen, kann man hier sozusagen noch als jung bezeichnen, weil auch da noch mindestens fünf Jahre Restanlagehorizont, in dem das Vermögen weiter aufgebaut wird, nicht unrealistisch ist. So, das zweite ist, dass dieser, dass wir kein, die zweite Voraussetzung ist, dass wir kein, kein Einmalinvestments vor uns haben. Das ist eigentlich schon angelegt in dem, was ich vorhin gesagt habe, in der ersten Voraussetzung. Das heißt also, Menschen legen ja nicht, muss ich jetzt vielleicht auch noch mal ein, zwei Minuten ausholen, an Geld in der Börse oder auch auf dem Sparbuch und in anderen Assetklassen, egal Bitcoin, was auch immer, anleihen, indem sie einmal im Leben eine Summe, einen anfänglichen Geldbetrag investieren. Das ist ja völlig unrealistisch. Das macht so gut wie niemand. In der Realität ist es so, dass wir alle, Sie und ich, Frau Lindner, auf jeden Fall, weil wir uns vorher darüber kurz unterhalten haben, deswegen weiß ich das auch von Ihnen, aber ich nehme an, das trippt wirklich auf 99 Prozent von uns, die hier im Video sind, zu. Wir alle legen Geld an, führen Geld in unser Depot, in unser Portfolio ein im Zeitablauf, über viele Jahre hinweg, immer mal wieder, entweder regelmäßig oder unregelmäßig und auch später werden wir selten quasi die ganze, die ganzen 100.000 oder 500.000 oder 5 Millionen, was immer man in Aktien investiert hat, in einem Betrag verkaufen und dann verballern oder sowas. Realität ist, wir bauen langsam Vermögen auf, weil wir jeden Monat eine Summe X verdienen, netto und daraus plus Boni oder sonstige Geldzuflüsse, die man halt hat, auch Lebensversicherungen, die fällig werden, etc. können da, zwacken wir irgendwas ab und das investieren wir dann, wenn wir klug sind, in den Aktienmarkt, nicht ins Sparbuch. Das ist sozusagen, also dieses langsame Zuführen von Geld, das ist hier auch angenommen in diesen Kalkulationen, die ich nachher zeigen werde. Ich betone nochmal, ich glaube, das betrifft 99 Prozent aller Anleger. Insofern ist es also eine sehr realistische Annahme und gerade das, was in den Medien und den Büchern immer als Zahlenmaterial dargestellt wird, nämlich Renditen des DAX in den letzten 30 Jahren oder 50 Jahren oder der amerikanische Aktienmarkt in den letzten 95 Jahren, das ist eigentlich unrealistisch, weil das unterstellt, dass eine Geldeinheit am Anfang dieses Zeitraums investiert wurde und danach nichts mehr passierte bis zum Schluss des Betrachtungszeitraums. Ich gebe zu, man kann es nicht mit erträglichem Aufwand in den Medien anders darstellen, aber streng genommen ist es, ist das, was wir gemacht haben in unserer Untersuchung viel realistischer. So. Und weiter wurde unterstellt, dass der Aktienmarkt, wir haben also die Zahlen des MSCI World in den letzten 35 Jahren hergenommen, 8 Prozent nominal produziert. Das war die tatsächliche Rendite des MSCI World von in den letzten 35 Jahren bis 2081. Ob das jetzt 7 Prozent oder 9 Prozent wären, also als Durchschnittsrendite, mit der man da rechnen würde, das würde das Ergebnis nicht verändern, nicht grundsätzlich verändern. So. Und das sind eigentlich auch schon die Annahmen. Jetzt muss ich doch noch eine hinzufügen. Wir haben also eine hypothetische Anlegerin hergenommen, Hannah haben wir sie mal genannt, die am Anfang dieser 35 Jahre, warum 35 Jahre? Weil das eine Anlegergeneration ist, haben wir das mal ein bisschen salopp genannt. Also irgendwann mal mit Anfang 30 können die meisten Menschen in Deutschland sich erlauben, mehr als nur 20 Euro abzuzwacken, um das anzulegen für Altersvorsorgezwecke. Und dann haben wir Gehaltserhöhungen, nominelle Gehaltserhöhungen und natürlich auch reale Gehaltserhöhungen nach Abzug der Inflation. Die meisten Menschen, also zum Beispiel in den letzten 50 Jahren, haben nominelle Netto-Stundenlöhne in Deutschland um 4 Prozent zugenommen nominal. Real so um 2 Prozent nach Abzug der Inflation. Und diese 4 Prozent haben wir bei der Hannah auch zugrunde gelegt. Der hat also am Anfang dieser 35 Jahre irgendeinen hypothetischen Betrag, sagen wir mal jetzt 1 Euro in den MSCI World investiert und dann dieser 1 Euro oder 1.000 Euro, das ist ja egal, pro Monat, der ist dann im Jahr um nominal 4 Prozent gestiegen. Weil 4 Prozent ungefähr die Wachstumsrate der nominellen Haushaltseinkommen in Deutschland in den letzten 50 Jahren waren. Bitte auch bedenken, dass Menschen, die mehr verdienen, sich eigentlich eine höhere Sparquote leisten können. Also die 4 Prozent Zunahme, die ist eigentlich auch sehr konservativ gewählt von uns, weil wenn Sie die statistische Zunahme, also nur durchschnittliche Zunahme Ihres Einkommens haben, können Sie in der zweiten Lebenshälfte vermutlich sich nur in Euro gerechnet eine höhere Sparquote leisten. Also am Anfang, weil ja Ihre Grundbedürfnisse sowieso schon gedeckt sind. Sie müssen nur dafür sorgen, dass Sie nicht sozusagen Ihren Lebensstandard ständig parallel mit jeder Gehaltserhöhung voll, sozusagen die Gehaltserhöhung in den gestiegenen Lebensstandard investieren. Das darf man natürlich nicht. So und ja und das haben wir dann alles gemacht und dann vor allen Dingen geschaut, was passiert für so eine Anlegerin, Hannah, also unsere idealtypische Anlegerin, wenn im ersten Jahr nach Beginn Ihres Investoren, Ihres Anlegerlebens, also dieser 35 Jahre, bis sie dann in die Endsparphase geht, wenn ein Crash im ersten Jahr geschieht, wenn er im zehnten Jahr geschieht, wenn er im zwanzigsten Jahr geschieht und so weiter. Und an der Stelle würde ich Sie bitten oder Herrn Anders im Hintergrund, unsere Technik, die Tabelle einzublenden aus unserem Blogbeitrag und das sind sozusagen stark zusammengefasst die Hauptergebnisse, die sich aus unseren Berechnungen ergeben haben. Fangen wir mal ganz rechts an, ganz rechts, die ganz rechte Spalte. Also Hannah hätte in diesen 35 Jahren, wenn sie so investiert hätte, wie wir gesagt haben, also praktisch im Jahr diese 1000 Euro investiert und die nehmen halt um 4% jedes Jahr zu, dann hat sie über 35 Jahre nominell 74.000 Euro investiert und diese 74.000 Euro sind am Ende dieser 35 Jahre durch die Rendite des Aktienmarktes, die im Durchschnitt 8% betrug, annahmegemäß auf 293.000 Euro gestiegen. Das ist also sozusagen der interne Zinsfuß dieser 35 Jahre monatlichen Investments ist 12 bis 8%, wie hier angezeigt. Und jetzt unterstellen wir mal, dass unsere liebe Hannah in Anführungszeichen Pech hatte und im Jahr 1, also 12 Monate nachdem sie begonnen hat zu investieren, ereignet sich ein Crash. 60% geht es runter, der Aktienmarkt. 60%, also heftiger als alle Crashes in den letzten 120 Jahren, mit Ausnahme der Weltwirtschaftskrise 1929, der war noch heftiger. Aber die anderen Dotcom-Crash, große Finanzkrise, Ölkrisen-Crash in den 70ern war alles deutlich unter 60% So. Und was passiert jetzt? Also Hannah hat immer noch im Durchschnitt, oder der Aktienmarkt hat immer noch im Durchschnitt die 8% Rendite über die 35 Jahre, aber im ersten Jahr geht es halt um 60% runter und dann erholt sich der Aktienmarkt nach diesem Crash ja innerhalb von vier Jahren. Diese vier Jahre sind auch aus der Historie abgeleitet. Typischerweise geht es schneller. In einem Fall, wieder die große, der Great Depression 1929 dauerte es sieben Jahre. Wir kommen auf den Effekt, wenn es länger dauert als vier Jahre, bis der Crash sich voll erholt hat, bis der Markt sich voll erholt hat, nachher noch zu sprechen. Das wird nämlich auch keine negative Auswirkung haben. So, und unsere liebe Hannah, die im ersten Jahr als junge Anlegerin gleich von so einem bösen, bösen, üblen Crash erwischt wird, die wird relativ zu einem Szenario, Szenario X ganz rechts, in dem es gar keinen Crash gibt für 35 Jahre, wird die am Ende 18% mehr haben, nämlich 344.000 Euro, statt nur 293.000 Euro. Ihre Durchschnittsrendite, gemessen als interner Zinsfuß, das finanzmathematisch korrekte Art, das zu berechnen, ist 8,8%. Also sie hat eine höhere Rendite als der Aktienmarkt selbst. Jetzt werden sich einige der Augen reiben, die sich vielleicht mit solchen Dingen noch nie intensiv beschäftigt haben, und sagen, wie kann das sein? Wir haben einen Crash und die Hannah verdient sogar mehr, hat eine prozentual höhere Rendite im Durchschnitt der 35 Jahre und natürlich dann auch ein entsprechend höheres Endvermögen als der Otto Normalverbraucher, der das Glück hatte, keinen Crash oder vermeintliche Glück, keinen Crash zu erleben. Und der Grund liegt im sogenannten Rendite-Reihenfolgerisiko, im englischen Sequence of Returns Risk. Das heißt also, in einem Portfolio, in dem Zuflüsse und Abflüsse stattfinden, und das ist ja der realistische, praktische Fall, der in der Realität für fast alle von uns gilt, da spielt es nämlich eine große Rolle, wie die einzelnen Jahresrenditen, ich spreche jetzt nur von Jahresrenditen, das gilt aber für Monatsrenditen natürlich genauso, im Zeitablauf über den Gesamtbetrachtungszeitraum, hier 35 Jahre, verteilt sind. Also die Verteilung, die Reihenfolge der Renditen ist sehr wichtig für das Endergebnis. Wenn ich hingegen das berechnen würde, was in den Medien typischerweise geschieht und in Ratgeberbüchern typischerweise geschieht, was aber unrealistisch ist, dass es nur ein einmaliges Investment am Anfang gibt und dann 10 Jahre Fast Forward, 20 oder 50 Jahre oder auch nur ein Jahr, dann, also in diesem unrealistischen Szenario spielt die Reihenfolge der Renditen in den Teilperioden keine Rolle. Aber das ist ja genau die Konstellation, die wir nicht betrachten hier. So, und weil das Returns, Sequence of Returns Risk sich folgendermaßen auswirkt, hat Hanna von einem früheren Crash einen großen Vorteil. Hanna hat ja am Anfang noch relativ wenig investiert, sie hat ja gerade eben angefangen, erst zu investieren, also in ihrem Portfolio, in ihrem Depot ist noch wenig Geld. Dementsprechend wirkt sich der Crash, diese 60% Minus, auf eine relativ geringe Geldmenge aus. Er schädigt diese Geldmenge natürlich um 60%, aber es ist noch relativ wenig. Und der größte Teil von diesen 74.000 Euro, die unsere liebe Hanna über die 35 Jahre aus ihrem Gehalt abzwackt und peu a peu in ihr Depot rein spart, der kommt ja noch. Der liegt noch in der Zukunft und ist nicht von diesem Crash betroffen. Und nicht nur ist er nicht von diesem Crash betroffen, sondern er wird sogar noch begünstigt dadurch, dass wir ja eine Erholungsphase haben nach dem Crash, war immer so in den letzten 120 Jahren, sonst wären ja die 8% Durchschnittsrendite gar nicht möglich nach dem Crash. Egal wie ich rechne, das ist eine mathematische Notwendigkeit, die auch in der Wirklichkeit natürlich so stattgefunden hat, muss die Rendite über den restlichen Zeitraum nach dem Crash, also 34 Jahre jetzt im Szenario 1, muss höher sein, die Marktrendite, um auf die 8% Durchschnitt zu kommen. Also wenn ich im ersten Jahr minus 60% habe, brauche ich natürlich in den restlichen 34 Jahren, egal wie ich es zusammenstöpsele, insgesamt im Schnitt eine höhere Rendite. Wir haben hier unterstellt, dass sich der Crash innerhalb von vier Jahren sozusagen wieder eliminiert oder die Erholungsphase nur vier Jahre dauert, also dass in den vier Jahren danach im Mittel so eine Rendite von 35, 36% ist per annum, für durchschnittlich und dann haben wir wieder eine durchschnittliche Rendite, die genau 8% liegt. Aber ich sage Ihnen, es spielt keine Rolle, ob Sie jetzt sieben Jahre zur Erholung zugrunde legen, das tun wir nachher noch ganz kurz im Schnelldurchgang, ob Sie 13 Jahre brauchen bis zur Erholung oder eine gleichmäßige Erholung über den restlichen Zeitraum, spielt keine Rolle. Also das Geld, was also unsere Hanna eben später investiert, das wird sozusagen bevorteilt, begünstigt durch die höhere Rendite, die es erlebt aufgrund der Erholungsphase. Und die Durchschnittsrendite, wie gesagt, ist immer 8%. Und deswegen hat unsere liebe Hanna, wenn man den Zeitwert des Geldes, und das tut der interne Zinsfus, berechnet und auch den Endvermögenswert, kommt sie auf fast 20% mehr Endvermögen als unser Vergleichsinvestor, der das vermeintliche Glück hatte, nie einen Crash zu haben. Und für die anderen drei Szenarien, B, C und D, die hier auch noch abgebildet werden, ist vom Prinzip her der Effekt der gleiche, er ist nur schwächer, weil der Crash später stattfindet. Ich brauche das jetzt nicht mehr alles runterzurattern. Ich glaube, Sie alle können sozusagen eins und eins zusammenzählen. Und deswegen vielleicht wichtig ist, das letzte Szenario, Szenario D, wie Dora, da hat der Crash, dieser 61% Crash, im 31. von 35 Jahren stattgefunden. Und trotzdem, selbst dann noch, was eigentlich schlecht ist für jemanden in der Vermögensaufbaufase, da will man also, wenn überhaupt einen Crash, dann möchte man ihn möglichst frühzeitig haben. Aber selbst dieser Mensch schafft sogar noch einen kleinen Vorteil gegenüber dem No-Crash-Szenario ganz rechts. Und das für mich war also sozusagen schon so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, als ich das mal nachgerechnet habe. Ich hatte schon diese These von Bernstein, das kannte ich schon 20 Jahre lang und so weiter, aber er selber hat das nie sozusagen in dieser Form berechnet oder zumindest nie diese Berechnungen veröffentlicht. Und mir war das Prinzip schon grundsätzlich klar. Ich hatte allerdings immer angenommen, ja, okay, man muss noch sehr jung sein. Also der Crash muss wirklich sehr früh stattfinden, damit dieser Effekt zustande kommt. Aber nein, er kann sogar sehr spät in der sozusagen Anlegerkarriere, in einem Anlegerleben stattfinden. Und trotzdem profitiere ich noch davon oder werde jedenfalls nicht geschädigt. Die Voraussetzungen, die ich anfangs nannte, die sind natürlich alle wichtig, sich zu berücksichtigen, zu vergegenwärtigen. Unsere liebe Hannah hat während des Crashs immer schön weiter investiert. Sie ist nicht aus dem Markt rausgegangen, sie hat nicht verkauft, weil sie frustriert und entnervt war und ängstlich war, sondern sie hat stur Buy and Hold praktiziert. Also wir haben hier ein 100% Aktienportfolio natürlich zugrunde gelegt, da braucht es auch kein Rebalancing oder sowas, weil sowieso alles in Aktien ist. Sie hat sich ja sozusagen vom Crash nicht entmutigen lassen, auch und obwohl das natürlich im Echtzeit emotional durchaus eine stressige Phase ist. Die sozusagen die frohe Botschaft hier, wenn man es mal so kirchlich ausdrücken möchte, ist, dass Menschen, Anleger, soweit sie nervlich, das ist immer so ein bisschen der K-Wert, der Disclaimer, den man dazu formulieren muss, das aushalten können, vor einem Crash eigentlich gar keine so große Angst haben sollten, sondern, na streng genommen, das klingt jetzt, jetzt komme ich wieder zu unserem Beaumont, sondern sogar hoffen sollten, dass ein Crash kommt und möglichst früh kommt. So, jetzt habe ich lange genug monologisiert. Ich denke, das Grundprinzip wurde deutlich. Wir könnten auch noch eine Tabelle zeigen, braucht es aber vielleicht nicht, können wir allerdings gerne machen, in der sozusagen das Gleiche nochmal gemacht wird. Richtig hier, Dankeschön, Herr Anders. Allerdings nicht eine vierjährige Post-Crash-Erholungsphase unterstellt wird, sondern eine siebenjährige. Und wenn Sie die beiden Tabellen in unserem Blogbeitrag von vor einem Jahr sind, die da enthalten, nebeneinander stellen, dann werden Sie sehen, dass das zweite Szenario, in dem die Erholungsphase langsamer ist, also es länger braucht, nämlich sieben Jahre, bis der Vor-Crash-Stand wieder erreicht ist, für den Anleger sogar noch besser ist. Noch besser ist. Und wenn der Crash noch tiefer wäre, das haben wir jetzt nicht berechnet, wäre es auch noch besser. Also, und ich persönlich bin der Meinung, das ist mir das Wichtigste an diesen Zahlen, dass wir hier nicht irgendwie ein theoretisches Wolkenkuckungsheim nachgerechnet haben, das in der Realität nie passieren wird, weil Menschen einfach anders sind. Nein, das ist meines Erachtens unter der Prämisse, dass man die Dinge vereinfachen muss und nicht 60 oder 80 Millionen, so viele Menschen gibt es in Deutschland, einzelne Fälle rechnet, ist das insgesamt eine sehr realistische Betrachtungsweise, die wir hier angestellt haben. Ja, vielen Dank für die super spannenden Ausführungen. Ich denke, wichtig ist noch zu sagen, dass man im Crash dann entsprechend ja auf jeden Fall investiert bleiben muss, weil das sehen wir ja auch häufig, dass Panik ausbricht und man denkt, man muss jetzt unbedingt aktiv werden. Vielleicht können Sie da ganz kurz noch ein paar Worte zu sagen. Genau, also die haben da den Nagel auf den Kopf getroffen. Sagen wir mal, ein Excel-Spreadsheet ist halt das eine und ein, sozusagen diese roten Zahlen im eigenen Depot, wir alle werden wahrscheinlich solche Anleger sein, die ständig der Versuchung nicht widerstehen können und täglich oder wöchentlich in ihr Depot reinschauen und dann kommt so ein Crash. Wir haben ja so einen ganz kleinen Crash gehabt seit Anfang dieses Jahres und die vollständige Erholung hat noch nicht stattgefunden im Aktienmarkt. Dann sieht man die roten Zahlen und so weiter und ganz schlimm ist es für diejenigen, die halt kurz vorher angefangen haben zu investieren, in Echtzeit und fühlt sich wirklich bescheiden dabei. Also das geht mir so und das geht jedem so. Der, der behauptet, das würde ihm nichts ausmachen, die meisten davon sind so ein bisschen Lügner. Also Entschuldigung, jedem macht es was aus, wenn er am Monatsende weniger Geld im Depot hat, als am Monatsbeginn und wenn sich sowas über zwei Monate, zwölf Monate in der großen Finanzkrise, waren es über zwei Jahre, also knapp zwei Jahre, glaube ich, in der Dotcom-Krise waren es über zwei Jahre, hinzieht dieser Doordown, dieser Abschwung, dann wird das sehr, sehr, sehr unangenehm. Und die Forschung hat eben auch gezeigt, das ist jetzt sozusagen eine kleine Abweichung, aber schlussendlich dann doch wieder das gleiche Thema von unserer Berechnung, dass die Menschen, die halt glauben, sie könnten einen Crash zuverlässig genug vorhersehen oder prognostizieren oder Beginn des Crashes den Marktboden, den Bottom relativ zuverlässig erkennen und rechtzeitig wieder einsteigen. Nicht wichtig jetzt, zu spät wieder einsteigen, das ist nämlich schädlich. Da gibt es wenig Evidenz dafür, dass das vielen Menschen oder der Mehrheit der Anleger gelingt. Es gibt hingegen viel Evidenz dafür, dass es eben der Mehrheit der Anleger nicht gelingt. Und wenn sie sich zu dieser Mehrheit zählen, die jetzt nicht sozusagen die Kristallkugel haben und glauben, sie sind die besten aller Anleger, dann sind sie mit Buy and Hold und diesem sturen, einfachen mechanischen Ansatz, der hier sozusagen zugrunde gelegt wird, besser bedient. Und sie werden die Marktrendite abzüglich Steuern und Kosten verdienen. Mit ETFs kann man die Kosten denkbar niedrig halten, also kaum noch unterbietbar niedrig halten. Zumindest, wenn man ein diversifiziertes Portfolio zugrunde legt als Vergleich. Und auch steuerlich hat Buy and Hold, das haben wir auch mal in einem Blogbeitrag gezeigt, Vorteile, weil man einfach Gewinne später realisiert und damit auch Steuernliquidität später abfließt. Und mit dieser Steuerliquidität kann ich ja weiter arbeiten. Also beziehungsweise der, der sie abfließend sieht, weil er ständig verkauft, Gewinne realisiert, der kann halt nicht mehr damit arbeiten. Ich als Buy and Hold Anleger kann noch damit arbeiten. Und das ist der häufig übersehene steuerliche Vorteil von Buy and Hold. Also vielleicht so ein bisschen als Fazit und wir können gerne natürlich fragen, sofern welche da sind, beantworten. Das Geld, was Sie grundsätzlich als Haushalt in den Aktienmarkt investieren wollen, nach meinem Ratschlag in ein sehr breit diversifiziertes Aktienportfolio, das sollten Sie eigentlich zu jedem Zeitpunkt investieren und da nicht ewig an der Seitenlinie rumstehen, auf sozusagen darauf warten, bis der Crash passiert und Sie dann schön elegant, wie es vielleicht in manchem Zeitschriftenartikel gesagt wird, nach dem Crash zu Tiefstkursen einsteigen. Also wenn Sie diese Strategie verfolgen, das haben wir auch mal simuliert, in einer anderen Simulation, glaube ich, werden Sie im Endeffekt statistisch gesehen schlechter stehen, als wenn Sie sich um solche Crashängste nicht kümmern und einfach sofort anfangen zu investieren. Psychologisch sicherlich gesünder. Wir haben eine Frage, führt ein frühes, in Klammern, Aktienhoch anstelle eines Crashes zum gegenteiligen Ergebnis? Ja, gute Frage. Also Aktienhochs oder sogenannte Allzeithochs, All-Time-Highs, die haben wir auch mal untersucht, also die werden sehr häufig missverstanden. Also im Allgemeinen wird dieser Begriff, der wird ja sehr häufig verwendet, wird wahrscheinlich keinen Tag vorbeigehen, in dem nicht irgendwo die Anlageklasse X oder Y oder Z erwähnt wird im Kontext von Allzeithoch oder auch einzelne Aktien. Und dann wird sozusagen, schwingt die Warnung mit, also investiere bloß nicht, wenn der Kurs dieses Wertpapiers nahe oder dieses Index nahe seinem Allzeithoch ist, weil das irgendwie ein schlechtes Zeichen sei. Also das ist ein Zeichen für Kurs ist hoch, zu teuer, überbewertet oder was auch immer. Jetzt muss man sich mal vorstellen, zu vergegenwärtigen, dass ein Kurs hoch oder ein Allzeithoch ist ja keine Bewertungskennzahl. Nehmen wir ein kleines Beispiel, die Siemens-Aktie. Ich könnte aber jede andere x-beliebige Aktie, Tesla oder sonst was hernehmen. Und unterstellen wir jetzt mal, dass Siemens, die Siemens-Aktie ist schon uralt, gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg, nur eine Rendite hat von einem Prozent. Ein Prozent. Das ist ja lächerlich niedrig für den Aktienmarkt. Also nur pleite Aktien sozusagen haben so niedrige Renditen. In Wirklichkeit hatte Siemens die letzten 50 Jahre wahrscheinlich auch eher so acht Prozent oder was auch immer. Weiß ich jetzt nicht. Das war jetzt nur geraten. Aber diese ein Prozent wären relativ konstant. Also das ist sozusagen wie beim Sparbuch. Da schwankt jetzt nicht viel. Dann würde ja die Siemens-Aktie trotz einer mickrigen Rendite ständig neue Allzeithochs erklimmen. Da brauchen wir jetzt kein Mathe-Professor sein, um das zu sehen. Jetzt nehmen wir mal an, die Siemens-Gewinne nehmen ganz normal zu, so wie sie tatsächlich zugenommen haben in den letzten 50 Jahren. So um im Schnitt drei, vier, fünf Prozent pro Jahr. Also so wie das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist vielleicht sogar noch mehr, etwas mehr. Aber der Aktienkurs ist nur um ein Prozent gestiegen. Die Gewinne von Siemens sind aber vier Prozent gestiegen im Durchschnitt auf lange Sicht. Dann wird ja die Siemens-Aktie immer billiger, also im Sinne des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Das heißt also, die Cashflows und Gewinne steigen schneller als der Aktienkurs. Und damit wird meine Aktie immer billiger, immer günstiger bewertet. Und trotzdem, das war jetzt der Punkt meiner kleinen Geschichte, geht meine Siemens-Aktie ständig in ein neues Allzeithoch. Ständig. Und so ist es auch mit dem Kurs des MSCI World Index oder mit jeder anderen. Also wichtig bei Kurshochs und Allzeithochs, es sind keine Bewertungskennzahlen. Bitte verwechseln Sie sowas nicht mit einer Bewertungskennzahl. Also ein hoher Kurs bedeutet nicht, dass das eine teure Aktie ist. Das ist schon mal das Erste, das ich, also deswegen interessiere ich mich persönlich wenig für Allzeithochs und Kurshochs, obwohl ich sie auch beobachte. Also das war jetzt wieder eine lange Antwort. Die kurze Version davon ist, nein, im Prinzip haben solche Allzeithochs oder Kurshochs keine Relevanz für das, was ich hier gesagt habe. Okay, super. Vielen Dank. Wunderbar. Es gab noch eine Frage, da würde ich sagen, das ist ein super Aufhänger für unser nächstes Webinar. Herr Kommer, Ihre Schlussworte zu unserem heutigen Thema für unsere Zuhörer, Zuschauer? Ja, also ich persönlich denke, einer der größten Fehler, den Aktieninvestoren oder Anleger, Privathaushalte generell machen können, ist an der Seitenlinie stehen und nicht aktiv zu werden, nicht in den Aktienmarkt zu investieren. Die Anlageklasse Aktien ist die rentabelste aller Assetklassen, rentabel als Immobilien, rentabel als Anleihen, rentabel als Sparbuch, rentabel als Sammlerobjekte, vermutlich auch rentabel als Kryptowährung, aber da steht das endgültige Urteil natürlich noch aus. Und wenn man sich vorstellt, dass die gesetzliche Rente und die sonstigen Vermögen von vielen Menschen nicht ausreichend werden, um ihren Lebensstandard im Alter zu gewährleisten, also keine Einschränkung des Lebensstandards, wenn man da mal in die Rente geht, akzeptieren zu müssen, das will ja keiner, ich auch nicht, dann muss man eigentlich in den Aktienmarkt investieren. Nicht sein gesamtes Vermögen, aber zumindest etwas mehr als ein oder zwei Prozent dieses Vermögens. Und die Message heute, das wäre sozusagen das, was ich rüberbringen möchte zum Schluss ist, bitte lassen Sie sich nicht von der Angst vor einem Crash, kurzfristigen Crash, Kirre machen oder dazu verleiten, zu zögern und an der Seitenlinie stehen zu bleiben, in der vermeintlichen, meines Erachtens für nahezu alle, es gibt von allen natürlich Ausnahmen, aber für den allergrößten Teil von uns illusionären Hoffnung, dass man den optimalen Zeitpunkt sozusagen gut abteilen, verlässlich timen könnte und fangen Sie einfach jetzt an. Und wenn Sie es nicht übers Herz kriegen, sozusagen Ihre 50.000 Euro oder was immer die Zahl ist, und wenn es auch nur 5.000 Euro sind, jetzt voll in den Aktienmarkt zu investieren, dann fassen Sie sich den Mut und machen Sie es wenigstens über ein, zwei, drei Jahre verteilt. Sagen Sie einfach, ich habe 50.000 Euro und ich werde diese 50.000 Euro in meinem Beispiel über drei Jahre verteilt, in jedem Quartal, drei Jahre sind zwölf Quartale, in jedem Quartal investiere ich mechanisch und stur, diszipliniert ein Zwölftel von meinen 50.000 Euro und am Ende der drei Jahre bin ich voll investiert. Und irgendwie so ein schrittweiser Einstieg, der ist besser als gar kein Einstieg. Ich persönlich würde die 50.000 Euro sofort investieren, sage das aber jetzt mit allem bedacht. Ich kann die Zukunft auch nicht prognostizieren. Aber eins von den beiden, entweder sofort alles oder Phaseneinstieg, wie gerade beispielhaft beschrieben, das sollten Sie tun und das, was wir heute gesagt haben, wie gesagt, betrifft Anleger in der Vermögensaufbaufase, also vereinfacht gesagt Anleger, die noch mindestens fünf Jahre weiter investieren werden in den Aktienmarkt und die zweite Voraussetzung von vielen anderen, die ich vorhin genannt habe, ist, dass man breit gestreut investiert. Also ich bin kein Freund für Privatanleger von Einzelaktieninvestments. Super, das war ein sensationelles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Eine schöne Börsenwoche für Sie und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Grüße nach Frankfurt. Ihnen auch noch eine schöne Woche, Frau Lentner. Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Tschüss.